Hallo ihr Kryptorianer, hier ist euer Oliver von der Westlake KryptoVision. Gestern im Livestream habe ich bereits die Vorschau gebracht, heute zeige ich euch unseren Depostand, wie sich der entwickelt hat. Aber bevor ich den euch zeige, gehe ich auf einen weiteren Tweet ein, der von Edo Farina veröffentlicht worden ist, denn da geht es um Evergrande und um Tether. Ja, und viele von euch wissen, ich bin da immer ein bisschen, naja, ich bin da nicht so grün mit Tether, mit dem größten Stablecoin, der verwendet wird, USDT. Aber vorneweg, ich mache keine Finanz- oder Anlageberatung, ich zeige euch nur auf, was ich sehe und nehme euch mit auf die Reise in die Zukunft, denn die ist Blockchain. So, beginnen werde ich, wie gesagt, mit Edo Farina. Aufdeckung, Hashtag Evergrande, Krise, wie die Krise von Evergrande, Tether und Bitcoin eben, naja, beeinflussen kann. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit und schnappen Sie sich eine Tasse Kaffee, gemäß meiner Empfehlung Espresso, Pohnenzucker, und lassen Sie uns das große systemische Risiko enthüllen, das Krypto für immer verändern wird, beziehungsweise kann. Beginnen wir mit den Anfängen von Kontroversen, von der Kontroverse Tether. Dies wurde 2014 unter dem Namen Realcoin gegründet und später im Tether umbenannt. Viele Jahre wurde geleugnet, dass das Unternehmen von der Kryptobörse Bitfinex eben von der derselben Gruppe gegründet wurde. Tether wurde von den Gründern von Bitfinex eben ins Leben gerufen, die eine wichtige Rolle bei der frühen Entwicklung und dem Betrieb von Tether spielten. USDT wurde in der Anfangsphase in Bitfinex gehandelt. Im Jahr 2016 erlebte Bitfinex einen aufsehend erregenden Hack, der zum Verlust von etwa 120.000 Bitcoin führte, die damals Hunderte von Millionen Dollar wert waren. Naja, man kann sich heute ausrechnen, wie viel das jetzt wert ist. Im Jahr 2018 hat Bitfinex einen Verlust von 850 Millionen US-Dollar mit Tether-Geldern eines kompromittierten Bankgeschäfts gedeckt, Tether war sicherlich nicht durch US-Dollar gedeckt und das sollte doch ein Stablecoin sein. Ein Gerichtsurteil vom Oktober 2021, das von der CFTC erlassen wurde, kam zu dem Schluss, dass Tether-Fiat-Reserven von nur 28% ihrer Gesamtmittel hielt, was zu einer Geldstrafe von 41 Millionen US-Dollar führte, weil sie über Dollar-Reserven gelogen hatten. Nachdem sie nun einen Einblick in die zwielichtigen Geschichte hinter Tether erhalten haben, lassen sie uns zu Evergrande übergehen. Evergrande war der größte Immobilienentwickler in China. Im Jahr 2016 wurde sein Vermögen von Top Sales, gegründet von Hui Kajan, auf 42,5 Milliarden Dollar bzw. 34,8 Milliarden britischer Pfund geschätzt, als er 2017 die Liste der reichsten Männer Asiens anführte, die vom Forbes-Magazin zusammengestellt wurde. Im Jahr 2008 wurde die chinesische Wirtschaft mit Geld aus dem Konjunkturpaketen der Regierung überschwemmt, was die Kreditvergabe sehr einfach und billig machte. Evergrande von diesem wirtschaftlichen Szenario profitiert hat, indem es massive Kredite aufgenommen und seine eigenen Vermögenswerte als Sicherheiten verwendet hat. Aber wir wissen bereits, was passiert, wenn ein privates Unternehmen seine eigenen Ressourcen als Sicherheit für eine finanzielle Verpflichtung verwendet. Das Immobilien-Imperium triumphiert seit über einem Jahrzehnt mit über 1.800 Projekten und 2,5 Millionen Kunden. Evergrande wurde zur größten finanziellen Sorge Chinas. Eines der größten Immobilienentwickler Chinas hat Evergrande Insolvenz angemeldet und im Januar 2021 hat ein Gericht in Hongkong die Liquidation des chinesischen Immobilienentwicklers Evergrande in Höhe von über 300 Milliarden US-Dollar angeordnet. Das waren die Schuldenfreunde. Die umfangreiche Kreditaufnahme zur Finanzierung seiner ehrgeizigen Immobilienprojekte in ganz China hat dazu geführt, dass das Unternehmen zahlungsunfähig geworden ist. Da die meisten Haushalte ihre Ersparnisse in Immobilien investiert haben, was dazu beigetragen hat, die chinesische Wirtschaft in einen Abschwung zu stürzen. Evergrande, Tether und Bitcoin-Krise. Hinweis. BlackRock, Vanguard und Citadel sind stark involviert. Hier ist die schockierende Wahrheit. Tether behauptet, kein Engagement in Evergrande Schulden zu haben. Aber es gibt viele Gerüchte darüber, dass seine Reserven stark in chinesische Commercial Paper investiert sind, darunter möglicherweise auch die von Evergrande. Wenn die Dominosteine in China fallen und Tether seine 1 zu 1 Bindung an den US-Dollar verlieren sollte, könnten die Folgen enorm sein. Tether-Zusammenbruch könnte einen massiven Ausverkauf auf den Kryptomärkten auslösen und nach unten ziehen. Eben Bitcoin, Ether und das gesamte ERC20-Ökosystem. Denken Sie daran, dass viele Kryptobörsen und DeFi-Plattformen für den täglichen Betrieb auf die Stabilität von USDT angewiesen sind. Schließlich könnte es kein Zufall sein, dass Bitcoin in nur zwei Monaten nach dem Ausfall von Evergrande neue All-Time-Highs erreichte. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Tether einen beträchtlichen Betrag in Commercial Paper von Evergrande investiert ist. Bitcoin und Ether verlassen sich auf den Tether-Druck, um ihre Preise in die Höhe zu treiben. Es ist wichtig zu verstehen, dass die Banken UBS, HSBC und eben auch der größte Investmentverwalter der Welt, BlackRock, die Hauptkäufer der Schulden von Evergrande sind. Und die Situation ist alarmierend, weil ein scheinbar kleines Problem eine viel größere und verheerende Finanzkrise auslösen könnte. Ähnlich wie ein kleiner Schneeball, der eine massive Lawine auslöst. Eine riesige Menge an Bitcoin könnte liquidiert werden, um Evergrande abzudecken, was eine neue Finanzkrise und den Beginn einer neuen Ära für Kryptowährungen auslösen kann. Krypto 2.0 ist das Endergebnis. Stablecoins und Gold-backed Digital Assets. Die meisten Kryptowährungen sind durch nichts gedeckt. Seltene Ausnahmen bei Stablecoins, die durch Staatsanleihen gedeckt sind. Aber auch Staatsanleihen machen große Verluste. Wenn ein massiver Markt-Crash näher rückt, wird es keine andere Möglichkeit geben, das Geld zu sparen, als in Sachwerte. Zum Beispiel Gold und Silber. Oder zuverlässige Kryptowährungen zu investieren, die durch physische Metalle gedeckt sind. Das Gegenteil von gebundenen Stablecoins wie Tether, die ihr eigenes Geld ohne Prüfung drucken. Das wäre sicherlich das Endspiel für 99% der Kryptowährungen und das Aufkommen von Krypto 2.0 mit Bitcoin, Tether, Ethereum und das gesamte ERC-20-Ökosystem könnte auseinanderfallen. Schaut man sich das Tether-Logo genauer an, wird die Wahrheit wieder einmal deutlich. Es handelt sich tatsächlich um eine Atombombe, die so programmiert ist, dass sie explodiert. XRP und auch XLM könnten und einige andere einen neuen Rettungshimmel für Anleger darstellen, der durch physische Metalle gestützt werden könnte. Aber das ist das Thema für den nächsten Threat, den ich euch dann auch präsentieren werde. Also worum geht es jetzt? Es ist gut möglich, dass eben große Schulden von Evergrande, die stehen in irgendwelchen Büchern, dass da eben auch Tether involviert ist. So, und sollte das ganze Kartenhaus auseinanderbrechen, was bedeutet das jetzt für Bitcoin? Sollte dem so sein, dass Tether nicht 1 zu 1 gedeckt ist und sie waren schon mal verpflichtet, wie vorgelesen, eine millionenschwere Strafe zu zahlen, dann wurden aus dem nichts gedruckten Tether genutzt, um Bitcoins zu kaufen. Auch in diese Spot-ETF-Geschichten. Denn der Preis des Bitcoin wird in US-Dollar angezeigt und eben nicht in USDT. Ich werde da mal dranbleiben, wir werden es mal beobachten. Ich bin immer ein bisschen am Zweifeln, wenn es um Tether geht. Sie sind meiner Meinung nach nicht 1 zu 1 Dollar gedeckt. Aber das ist ein Thema, das uns weiterhin noch beschäftigen wird. Davon gehe ich mal aus. Aber jetzt komme ich zum Depotstand, meine Lieben. Das muss ich euch zeigen, denn wir haben da, ja, wie ihr wisst, oder geben wir mal die Infos vorab, geben wir da mal drauf, was war. Wir haben in verschiedene Projekte investiert und wir haben alle vorgestellt. Eben damals, sobald sie gekauft wurden. Also geht da mal in die Playlist. Investiert wurden von Mai 22 bis Juli 23 monatlich 500 Euro. Alle Einkäufe erfolgten nach Marktsituation. Sorry, Freunde. An der Seitenlinie haben wir also kein Geld mehr, da es die Firma nicht mehr gibt. Und wir bleiben aber dabei, dass 25% der Gewinne aus diesem Investment für wohltätige Zwecke gespendet werden. Und jetzt gehen wir da mal drauf, Freunde. Ich habe hinten die Entwicklung im Prozent, habe ich jetzt leider keine Zeit mehr gehabt, das auszurechnen. Aber ich möchte euch nur zeigen, was da passiert ist. Einfach nur bei den durchschnittlichen Einkaufspreisen und bis zu dem Wert aktuell, den wir hier erreicht haben. Wir haben also hier ganz unten rechts insgesamt ein, es ist unser Portfolio mit über 118% im Plus. Wir sehen hier viele Vierstellig, wo wir monatelang gehadert haben, dass die teilweise Minus waren. Es sind alle im Plus. Also bitte die letzte Spalte hinten vernachlässigen. Unglaublich, was da passiert ist. Wir sehen hier zum Beispiel, ich gehe mal durch. Ripple haben wir gekauft, XRP für insgesamt 2209, steht jetzt bei 3800. Quant haben wir für 5,88 gekauft, steht jetzt bei 7,31. Das sind so Utility-Coins, da bin ich einfach geschmeidig, ruhig und entspannt. Deren Zeit kommt noch. Bitcoin haben wir gekauft für 6,32 im Schnitt, steht jetzt bei 2287 Euro. Also diese 0,03447 Anteile, die ihr hier sehen könnt. Und H-Bar, 8800, gekauft für 506 Euro, sind jetzt bei 1047. Cardano, 460, steht bei 743. Chainlink, gekauft 370, jetzt stand 1150 und so weiter. Also wir haben insgesamt 7500 investiert und stehen jetzt bei 16385,97 Euro. Wow, das ist Krypto. Es ist wirklich eine Wahnsinnsgeschichte. Die Zukunft des Blockchain, es ist irre, was sich da tut, wie wir davon profitieren können, für alle, die in Krypto investieren möchten. Wir sind jetzt im Bullenmarkt, wir werden sehen, wie sich das entwickelt, aber hier geht es eben auch ums Investieren und nicht um in drei Monaten Millionär zu werden, sondern mit Geduld und Ruhe das zu beobachten, in die richtigen Projekte zu investieren. Solltet ihr euch entschieden haben, in Krypto zu investieren, empfehle ich euch Bitwavo. Verschiedene Tests und immer das gleiche Ergebnis. Bitwavo, eine sehr vertrauenswürdige Krypto-Exchange, unser Partner. Den Link in der Videobeschreibung. Melde dich an, sichere dir Sicherheit. Und das soll es jetzt heute von mir gewesen sein. Ich wünsche euch allen von Herzen, werdet Zeit und bleibt gesund. Es ist das höchste Gut, das wir haben. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.